Hallo, Thema Nummer 4. Eine kleine Anekdote zum Thema, wie wir uns unsere Probleme selber machen. Nachzulesen auf den Seiten 42 bis 45. Hat sich wohl im alten Japan tatsächlich so abgespielt. Gehen wir mal davon aus, wir haben hier so eine schöne Landschaft und wir haben hier ein paar Mais-Reis-Reisfelder und wir haben hier einen Fluss und wir haben hier Bäume, also einen Wald. Und ab und an gibt es mal einen starken Regenfall und alles wird überschwemmt. Das ist zwar ein bisschen uncool, aber wir haben den Vorteil, dass Nährstoffe vom Wald über das Wasser hier in die Felder geschwemmt werden. Aber wie gesagt, ist hier eigentlich ein bisschen uncool mit der Überflutung. Deswegen wollen wir unsere Flüsse einfach hochwasserfest machen und machen da so Dinger dran. Und beim nächsten Mal gibt es Hochwasser und tatsächlich, unser Dingsheld gibt keine Überschwemmung. Wir haben aber jetzt ein Problem. Wir haben jetzt auch keine Nährstoffe mehr, die vom Wald hier in die Felder gehen. Also müssen wir das selber machen. Wir sammeln also Blätter auf und verteilen die auf die Felder. Das ist an sich auch ganz cool, aber irgendwann wird dann der Kunstdünger erfunden. Und dann stellen wir fest, wir brauchen ja die Blätter gar nicht. Wir lassen die einfach weg. Und nebenbei hat sich auch die Population immer weiter vergrößert, sodass wir auch mehr Platz brauchen. Platz brauchen. Und deswegen überlegen wir uns, den Wald einfach abzuholzen. Das ist aber blöd jetzt, weil dadurch, dass wir den Wald abgeholzt haben, haben wir auch weniger Humus und entsprechend keinen natürlichen Wasserspeicher. Also geht uns das Wasser aus. Jetzt müssen wir natürlich einen künstlichen Wasserspeicher bauen für viel Geld und viel Aufwand, sprich einen Damm. Und der sorgt dafür, dass wir dann jetzt wieder Wasser haben, hat aber viel Geld gekostet. Ist dann jetzt nicht die Frage, ob wir wirklich die Sachen immer verbessert haben oder haben wir uns nicht unsere Probleme immer wieder selber gemacht? Na gut, ich will das einfach mal so stehen lassen. Ich finde die Geschichte sehr interessant. Fragen, Kommentare, gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Schauen.